Hallo zusammen und vielen Dank fürs Reinschauen. Mein Name ist Paul Kuchel, ich bin Unternehmensfotograf aus Dresden. Als wir im letzten Jahr das Picado Studio eröffnet haben und die ersten Bilder in den sozialen Netzwerken geteilt haben, haben wir sehr viele Anfragen bekommen von Fotografen und Videografen, ob die Räumlichkeiten auch vermietet werden. Heute ist es endlich soweit. Wir machen aus dem Picado Studio das Picado Meet Studio, was im Prinzip heißt, dass 150 Quadratmeter mit einer großen Studiofläche, mit einer Küche, die voll ausgestattet ist, also auch interessant für Foodphotografie zum Beispiel, mit einem Visa-Bereich für Make-up und Styling, mit einer Lounge, mit einem Büro-Bereich, also vielleicht auch interessant für kleine Teams, die hier kreativ arbeiten wollen, mit zwei Parkplätzen, also wirklich sehr, sehr viele interessante Sachen, um wirklich einen angenehmen, kreativen Workflow zu gestalten. Das Ganze gibt es jetzt stundenweise oder tagesweise zu mieten. Wer sich dafür interessiert, soll einfach mal auf unserer Webseite www.picado.de schauen. Dort im Bereich Meet Studio gibt es Fotos, Preise und auch Miettechnik. Wir werden also auch einen Teil unserer Technik hier vor Ort vermieten. Wer zum Beispiel Videolichter oder Kameras oder Gimbal oder was auch immer braucht, der kann dort mal reinschauen. Da ist jetzt ein kleiner Stock schon drin. Es kommt in den nächsten Tagen auch noch einiges dazu. Also, wer uns interessiert, einfach mal schauen. Und abschließend will ich das Ganze einfach nochmal mit ein paar Video-Impressionen vom Studio selbst. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.